Hi Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becci und ich bin wieder da mit einem neuen Video. Und so werden wir heute wieder eine Story spielen auf Roblox und nicht nur irgendeine, denn die soll besonders spooky sein. Und zwar ist die Rede von der Pooh Story. Vielleicht habt ihr die ja schon mal gespielt, vielleicht auch noch nicht. Ich noch nicht. Ich werde es zum ersten Mal mit euch zocken. Auf jeden Fall soll die ja sehr creepy sein und Winnie Pooh in Gruselig geht das auf Roblox auf jeden Fall schon. Und ich habe Neuigkeiten für euch, Leute. Es gibt wieder neuen Merch in meinem Shop und zwar vor allem auch diesen Gaming-Pulli jetzt von mir. Es ist ein bisschen weird, dass ich mich selbst beim Zocken anhabe. Ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen. Und ja, den gibt es aktuell unter www.rebeccawig.de. Also unbedingt auscheck. Und ja, ich würde sagen, ich labere jetzt nicht so viel. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr wieder auf meiner Freundesliste landen möchtet, ich werde wieder fünf von euch enden, lasst mir gerne einen netten Kommentar da mit eurem Roblox-Namen. Vielleicht habt ihr ein Glück, beim nächsten Mal auf meiner Freundesliste zu sein. Und ich würde sagen, let's go. Schaut euch ihn einfach mal an. Wie gruselig sieht der bitte aus? Das ist mein reinster Albtraum, ehrlich jetzt. Ich wusste gar nicht, dass Pooh so gruselig aussehen kann. Auf jeden Fall steht hier, Part 2 kommt bei 50.000 Likes. Aber spielen wir erst mal Teil 1. Oh mein Gott, hier sieht es richtig Halloween-mäßig aus. Und Leute, ich habe mir gerade was gegönnt. Und zwar Nassir. Ja, nur für euch und für mich. Weil ich liebe Regenbogen und alles, was glitzert und funkelt. Ich glaube, das werden wir auch sehr gut brauchen, um diesen Gruselpuh zu besiegen. Pooh-Story fängt jetzt an. Oh, ich bin aufgeregt. Gerade eben kam so Halloween-Musik und ein bisschen spooky und so. Und jetzt auf einmal so Tropical-Urlaubsmusik. So, hä? Und nicht Pooh eigentlich auch irgendwie im Wald? Oh, wow. Wir haben hier einen Springbrunnen. Wir haben das Meer hier. Tannen und Palmen. Oh, und ein Riesenhotel. Oh mein Gott, ich bin dabei. Ich bin dabei. Gratis Urlaub. Hey, Leute. Was kommt jetzt? Könnt ihr glauben, dass wir endlich im Urlaub sind? Wer ist Tom? Und warum lädt er uns in den Urlaub ein? Wo ist der Haken? Wir übernachten für ein paar Tage in diesem erstaunlichen Fünf-Sterne-Hotel. Wow. Er hat sogar ein Hawaii-Hemd an. Sind wir auf Hawaii? Lasst uns einchecken, damit wir im Pool spielen können. Folgt mir. Ähm, können wir ihm trauen tatsächlich? Ich weiß ja nicht, ne? Oder hat Tom einfach zu viel Geld? Weil wer lädt einen einfach so gratis in einem wunderschönen Urlaub ein? Macht keinen Sinn. Ja gut. Wir sind die Ersten hier in der Rezeption. Tom lässt sich Zeit. Obwohl er der Sponsor ist von uns. Hallo, ich check unter den Namen Tom ein. Wo ist der Haken? Ich trau dir nicht, Tom. Sehen wir mal hier. Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Irgendwas geht bestimmt schief. Musik hat aufgehört. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, oh. Ich hab's doch gesagt. Es sieht so aus, als könnten wir nur elf Leute in einem Raum unterbringen. Warte. Sind wir in der Jugendherberge? Das ist doch ein Hotel, oder? Fünf-Sterne-Hotel. Warum elf Leute in einem Raum? Ähm, was passiert jetzt hier? Oh nein. Jemand muss nach Hause gehen. Lasst uns abstimmen. Wer? Bitte was? Was? Nein! Wer soll ich nehmen? Das da. Irgendwas mit Fanta. Fanta soll raus. Leider. Es tut mir leid. Olympic Sim muss gehen. Oh nein. Wie sad ist das denn? Irgendwie sind auch, glaube ich, gerade ganz viele gegangen, oder? Freiwillig schon. Ich glaube, die trauen Tom einfach nicht. Da hinten sind sogar Geister. Nee, das hat jemand als Hut. Ups. Okay, wir können jetzt in den Raum gehen. Er hat eine Suite für uns, Leute. Bin mal gespannt. Aber elf Leute in einem Zimmer. Digga, wie sieht's denn hier aus? Alter. Was ist das für ein Fünf-Sterne-Hotel? Hier ist überall Schmutz. Ja. Und dieser Teddybär auf dem Bett macht mir Angst. Ja, mir auch. Ähm. Obwohl er noch normal aussieht, aber... Alter, die Musik. Äh. Hat er das gemacht? Alter, was für eine Party ging hier? Puh. Jetzt lasst uns ein paar Handtücher finden, damit wir schwimmen gehen können. Äh, wo sind hier Handtücher? Liegen hier welche rum? Hier ist eine Fernbedienung. Ah, da. Stinkende Handtücher für uns. Haha. Was ist das denn? Iiii. Als ob ich damit irgendwie schwimmen gehe. Iiii. Wie sieht's hier bitte aus? Lasst uns gehen. Ich rufe den Zimmerservice. Um dies durcheinander sauber zu machen. Iiii. Habt ihr das gerade am Spiegel gesehen? Wir müssen jetzt hier runterrutschen und dann schwimmen gehen. Okay. Äh. Alle gehen durch gelb. Also gehe ich auch. Iiii. Wir bleiben irgendwie stecken. Zu viele Leute hier. Hä, was ist das denn? Runterlaufen? Wie gammelig ist das denn? Das ist ja lame. Iiii. Wir können schwimmen gehen. Mit Klamotten. Übrigens habe ich ein Winteroutfit schon mal an. Kein Weihnachtsoutfit. Ein Winteroutfit. Passend zum 1. November. Weil ja, Halloween ist ja vorbei. Jetzt kann ja Winterweihnachten losgehen. Und eigentlich sieht das Hotel ja schön aus. Aber das Zimmer war echt schmutzig. Wow. Das war ein kurzes Schwimmen. Ehrlich jetzt. Zeit ist abgelaufen. Jetzt müssen wir wieder... Nein. Nicht nach Hause. Wer muss auf einen Wettkampf? Also ich nicht. Ich bin hier Urlaub zu machen und zu chillen. Kein Wettkampf. Mal sehen, wer es zuerst auf den Hügel schafft. Verlierer muss nach Hause gehen. Alter, ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich werde Ufen, Mann. Hier werde ich allein schon verlieren. Nein. Ich kann sowas nicht unter Zeitdruck. Oh mein Gott. Die Musik von Mario Kart. Wow. Ah, ich habe Angst. Alter, ich bin langsam. Oh mein Gott. Wo müssen wir hier lang? Oh mein Gott. Ich bin doch relativ schnell. Was? Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. War ich die letzte? Gratulation, du hast gewonnen. Das ist jetzt zurück zu unserem Zimmer gehen. Hoffentlich ist es jetzt sauber. Ja, ich hoffe auch. Oh mein Gott. Mein Herz, Alter. Kurz mal stehen geblieben. Ich war so gut. Und dann immer am Ende. Was zum... Was ist los hier? Warum guckt ihr Fernsehen? Warum guckt ihr so ein komisches Bild nur an? Oh ja. Ah! Was ist los hier? Macht es aus. Die Fernbedienung war da noch. Ja, einfach auf die Fernbedienung gehen. Wir wollen dieses komische Bild nicht gucken. Jetzt ist es aus. Okay, zum Glück. Oh mein Gott. Teddy, du machst mir Angst. So gruselig. Oh mein Gott. Macht es aus. Macht es aus. Oh mein Gott. Warum guckt ihr sowas? Warum bist du so gruselig, Teddy? Fernsehen ausschalten. Ja. Hat jemand schon gemacht. Kann ich etwas Luft schnappen? Ja, das würde ich echt gerne. Ich will hier raus, Leute. Ich will hier nicht schlafen. Wir haben außerdem nur ein Bett. Wie soll das funktionieren? Ja, sicher. Ich bekomme sowieso seltsame Vibes. Ja, nicht nur du, Bruder. Nicht nur du. Okay, es geht weiter, Leute. Wahrscheinlich nächstes Kapitel. Äh. Wir sind jetzt draußen? Um ein Lagerfeuer zu machen. Ich weiß ja nicht, Leute. Aber ich habe ein bisschen Angst. Äh. Ja, ich auch. Alles ist heute so verrückt. Ja, wie bei dem Teddy. Oh mein Gott. Woher kam der denn? Wer hat das geworfen? Ja, ich nicht. Der hat sich von selber bewegt. Also, ich glaube mittlerweile an alles hier. Warum ist er im Lagerfeuer? Woh! Leute, rennt! Äh. Hilfe! Oh mein Gott. Nein. Mich bekommst du nicht. Mich bekommst du nicht. Oh mein Gott. Bin ich hier oben sicher? Warum bleibt er einfach stehen? Äh. Ich glaube, ich bin hinter Tom sicher. Hahaha. Er versucht ein Zimmer. Komm, das geht nicht. Haha. Alle verstecken sich hier hinter Tom. Hahaha. Hierher. Alle hierher. Wir sind hinter Tom sicher. Warum wird er eigentlich nicht angegriffen? Geht alle zurück zum Zimmer. Okay, ähm. Ich dachte, wir müssen selber laufen durch den Wald. Aber nein. Äh. Hilfe. Wie groß sieht der denn aus? Was machen wir hier? Ja, keine Ahnung. Tom hat das vorgeschlagen. Er schwitzt schon. Wo müssen wir hin? Alle laufen dahin. Ich laufe mal der Masse hinterher. Warum wartet ihr hier alle? Oh nein. Geht jetzt in den Badezimmerschrank. Ach so. Deswegen. Sind wir hier überhaupt sicher? Ich will wenden. Ihr. Durch den Wend. Ich glaube wohl nicht, dass wir hier so sicher sind. Also ich meine, ist das nicht das, wo als erstes nachgeguckt wird? So. Mit unter dem Bett. Das ist einfach kein sicheres Versteck. Tom, komm. Wo läuft er denn hin? Sag mir nicht, er geht unter die Dusche. Der Bruder geht unter die Dusche. Das ist doch nicht sein Ernst. Wo kommt? Shh. Alter Tom. Wir werden Tom verlieren. Wie er kommt? Oh oh. Geht so gut. Oh nein. Tom ist geliefert. Ich kann nicht hingucken. Nein. Warum ist er nicht mit in den Schreck gegangen? Oh, er wollte sich für uns opfern. Damit abgelenkt wird. Alter, das ist dieses Geräusch von den Mangas. Oh mein Gott. Was sollen wir machen? Hier, durch den Wend. Wir gehen ja wohl schlecht raus. Oh mein Gott. Was tun wir? Wir werden verfolgt. Ja. Hier rein. Durch. Nein. Nicht durch das Flugzeug. Durch den Wend. Durch den Schacht. Oh mein Gott. Was ist das für ein Zimmer hier? Leute. Ich glaube, wir sind im Pus Zimmer. Seit wann hat Winnie Pus so ein Zimmer? Warum ist hier unten ein X? Was ist das? Was ist dieses X auf dem Boden? Keine Ahnung. Das macht mir auch Angst. Aber ja, ich dachte immer, Winnie Pus eigentlich ganz süß. Was hat der für so ein Zimmer? Alter, was passiert? Irgendwas mit Christopher Robin? Oh nein. Ich fühle mich müde. Äh, das ist gar nicht gut. Warum ist in dieser Suite gerade ein Zimmer? So ein creepy Zimmer von Winnie Pus. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, was ist los hier? Wo sind wir jetzt? Oh mein Gott. Wo sind wir? Ja, eben. Wo sind wir? So dunkel hier. Ey, sag mir nicht, jetzt kommt so eine Obby, ne? Jemand hat Licht angemacht. Ah, warte. Wer bist du? Oh mein Gott. Wie? Der Fledder zieht er denn aus? Ich bin Pus eigentlicher Besitzer. Chris. Also Christopher Robin. Guck mal seine Klamotten an. Was ist mit ihm passiert? Jetzt kommt davon, wenn du nicht mehr mit Pus spielen willst. Etwas hat ihn in den Griff bekommen. Und jetzt ist er verflucht. Also irgendwas hat ihn besessen, Leute. Der einzige Weg, ihn zu stoppen, ist den bösen Teddy zu zerstören. Gott, das ist doch noch Christopher Robin. Das kann ich mir die Puh nicht antun. Damit wir unseren geliebten Puhbären retten können. Also wenn wir ihn zerstören müssen, wie können wir dann Puh retten? Finde den Schlüssel, damit wir hier raus können. Okay, wo ist der Schlüssel, Leute? Finde den Schlüssel. Okay, ich sehe hier gar nichts. Wo ist der Schlüssel? Müssen wir hier durch? Ah, los geht's. Okay, ich bin gespannt. Finde ich einen Schlüssel? Oh, hier sind Fässer. Oh mein Gott, wo ist der? Müssen wir hier warten? Hier sind Honigfässer. Ähm, das müsste Puhs Honigkammer sein. Ich dachte, hier liegt irgendwo ein Schlüssel vielleicht rum. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh oh. Die Tür ist zugegangen. Oh, das ist Puh. Ah. Welche von mir, du verfluchter Teddybär. Geht weg von meinem Honig. Wow. Sehr sympathisch. Ich bin nicht freiwillig hier. Oh nein. Oh nein. Lass mich. Geh einfach an den Honiglava vorbei und was? Entkomme Puh wahrscheinlich. Okay, ich bin so schlecht in sowas. No way. Jetzt hier durch. Oh mein Gott. 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 Nein. Okay, ich muss mich hier ausrüsten, Leute. Weil ich glaube, wir müssen gegen ihn kämpfen. Kann das sein? Oh nein. Ich habe Angst. Du wirst mich nicht besiegen. Bosskampf. Bosskampf. Was ist das denn? Ah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das verfolgt mich. Muss ich hier rauf? Ich glaube, Lava kommt. Ja. Die eine ist da hinten gut. Die ist ganz oben. Und jetzt glaube ich, können wir ihn gleich angreifen, oder? Los. Warum kann ich nicht angreifen? Hä? Was war los hier? Oh nein. Warum konnte ich gerade nicht angreifen? Was ist los hier? Oder muss ich das andere nehmen? Ah, jetzt. Hä? Kann ich gar nicht mein Schwert benutzen? Dann halt so. Egal. Oh mein Gott. Ich glaube, er ufft. Ah. Nein. 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 Warum chillt die eine da hinten einfach nur? Oder ist sie jetzt auch schon geuft? Ich glaube, sie ist auch geuft. Honig, Lava. Oh mein Gott. Das sieht gar nicht gut aus für mich. Ich glaube, wenn es so weiter geht, uffe ich auch. Warum kann ich gerade mein Schwert nicht benutzen, frage ich mich. Das ist doch bestimmt stärker, oder? Oh, sieht einfach nur cool aus und das Deko. Oh mein Gott. Nein. Warum bleibe ich hier hängen? Schaffe ich das noch mit meinem Helf? Reicht das aus? Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich sollte schon vorher gehen, oder? Nicht so lange stehen bleiben. Oh, wir haben es da. Ja. Nein. 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 Mann, wer ist gleich geuft? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Letzte Runde. Und dann ist er besiegt. Okay, los geht's. Warum ist er so riesig? Okay, er ist geuft. Oh mein Gott. Lass uns jetzt mit diesem bösen Teddy umgehen, damit wir Puh retten können. Was? Was sollen wir jetzt mit ihm machen, wahrscheinlich? Ja, was sollen wir machen? Wohin mit ihm? Geh mir den Teddy der Polizei, als ob die uns glauben. Äh, was? Was ist das? Äh, das? Okay, er hat auch dafür gestimmt. Also, irgendwie wurde das wieder falsch übersetzt. Aber zur Polizei ist keine gute Idee, glaube ich, mit dem Teddy, weil die glauben uns nicht. Äh, okay, was ist los hier? Ihhh. Haben wir ihn jetzt in die Lava geschmissen? Ich glaube, er schläft jetzt für immer. Es ist vorbei, Leute. Der Fluch ist vorbei. Gutes Ende. Wir haben das gute Ende bekommen. Ich glaube, das andere wäre wahrscheinlich ein Bad-Ending gewesen. Aber krass. Habe ich es geschafft? No way, ich habe es geschafft, Leute. Und ich bin nicht gehofft. Auf jeden Fall war das echt eine coole Story. Ich finde es auch gut, dass es nicht allzu schwer gemacht worden ist. Weil, ehrlich gesagt, so kann es jeder spielen. Und dafür lebt man auch nicht die Lust und so. Nur die Übersetzung war la la. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so, sehr lieb. Bye!